moin leute heute zeige ich euch wieder einen kleinen klitsch dafür müsst ihr einfach nur in ein bekleidungsgeschäft gehen und wenn ihr zum beispiel nein die die maske habt oder das bandana mit dem hut und da euch das andere nicht gefällt könnt ihr einfach die brille weg machen den hut auf habt ihr halt nur das tuch ich würde euch raten dass hier im einzuspeichern hierbei wird gespeichert welches einspeichern weil wenn ihr lobby wechselt oder aus der mission kommt ist das halt wieder normal im halt wieder so das wieder so und wenn ihr dann halt das eingespeichert hat könnt das einfach auswählen und wieder halt nehmen ich hoffe euch das video gefallen ist gleich da eure german arme kuh